Drücke auf das freie Feld um deinen Namen. Benutze die Tastatur, um deinen Namen einzugeben. Hier ist Rider. Ein schwerer Sturm hat große Probleme in ganz Adventure Bay verursacht. Und wir brauchen besonders Hilfe von dir. Willst du der Paw Patrol helfen, Adventure Bay zu retten? Alles klar! Suchen wir alle Orte, an denen unsere Freunde Hilfe brauchen. Streiche durch die Orte, um herauszufinden, wo unsere Hilfe benötigt wird. Um zu sehen, welche Auszeichnungen du dir auf dieser Mission verdienen kannst, drücke Hier. Wenn du den Ort siehst, zu dem du möchtest, wähle einen Feldfreund, der die Mission leitet. In der Stadt. Wähle einen Freund, um die Rettung zu leiten. Du willst in der Stadt spielen? Bitte einen Erwachsenen um Hilfe. Der Zug. Wähle einen Freund, um die Rettung zu leiten. Wenn du den Ort siehst, zu dem du möchtest... Ein klarer Fall für Chase. Es gibt Probleme an den Bahngleisen. Wegen des Sturms sind Felsen auf die Schienen gefallen. Und jetzt steckt der Zug fest. Wir brauchen ein Notfallrettungsteam mit einem Polizei- und einem Feuerwehrfellfreund. Marshall und Chase, wir brauchen euch zwei. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Musik Und so hilfst du der Paw Patrol, den Einsatzort zu erreichen. Um zu springen, drücke auf den Bildschirm. Toll gemacht! Du kannst den Fellfreunden auch helfen, einen Doppelsprung zu machen. Drücke auf den Bildschirm, um zu springen. Dann drücke erneut, während der Fellfreund in der Luft ist, um noch höher und weiter zu springen. Musik Alles klar! Erreichst du einen Ort, an dem du nicht weiterkommst, rufe deinen Partner-Fellfreund zur Hilfe. Drücke das Partner-Fellfreund-Abzeichen. Weiter so, weiter so, weiter so! Pass auf! Wow! Oh! Alles klar! Pass auf! Diese Pfoten sind dein Freund und Helfer! Pfotastisch! Wir brauchen Marshall! Drücke Marshalls Abzeichen für Hilfe! Ich bin hier, Chase! Weiter so, Marshall! Pfotastisch! Schraubstoffe! Gute Arbeit! Wow! Wow! Gute Arbeit! Wir brauchen Marshall! Drücke Marshalls Abzeichen für Hilfe! Ich bin dabei, Chase! Danke, Marshall! Fantastisch! Der Polizeipfelf-Freund eilt herbei! Diese Pfoten sind dein Freund und Helfer! Wir brauchen Marshall! Drücke Marshalls Abzeichen für Hilfe! Ich bin dabei, Chase! Danke, Marshall! Bericht an meinen Bauch! Leckerli! Gute Arbeit! Ich liebe diesen Song! Ups! Der Polizeipfelf-Freund eilt herbei! Gute Arbeit! Wir sind auf dem Weg, Katie! Zieh dir die Felsen an, die der Sturm auf die Schienen geworfen hat! Dazu kann ich weiterfahren! Wir müssen das Wasser aus meinem Schlauch benutzen, um die Felsen von den Schienen zu spritzen! Bewege deinen Finger über die Felsen, um meinen Schlauch zu führen! Gib dein Bestes! Vergiss alles andere! Das machst du toll! Es sind noch mehr Felsen wegzuräumen! Gib dein Bestes! Vergiss alles andere! Gib dein Bestes! Vergiss alles andere! Es sind noch mehr Felsen wegzuräumen! Das machst du toll! Gute Schlauchführung! Gib dein Bestes! Vergiss alles, alles klar! Jetzt sind die Gleise geräumt und der Zug kann seinen Weg nach Adventure Bay fortsetzen! Paw Patrol, der Einsatz läuft! Toller Job! Wir haben die Gleise geräumt, also kann der Zug zurück nach Adventure Bay fahren! Sieh nur, wie viele Leckerli du gesammelt hast! Super Paw Patrol in die Zentrale! In der Stadt! Wähle einen Freund, um die Rettung zu leiten! Jake's Berg! Wähle einen Freund, um die Rettung zu leiten! Rubble macht das Rucki-Zucki! Der Sturm hat einige Probleme auf Jake's Berg verursacht! Viele Baumstämme sind vor den Skilift gefallen! Und jetzt kommt Jake nicht runter! Wir brauchen einen Bauarbeiter und einen Überflieger-Fellfreund für diese Rettung! Rubble und Skye, das ist ein Job für euch! Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein! Pass auf! Rubble macht das Rucki-Zucki! Hilf uns, Skye! Drücke Skye's Abzeugung, damit sie uns helfen kann! Geschafft, Rubble! Danke, Skye! Oh ja, mega leckerli-Zeit! Fantastisch! Hahaha! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Fantastisch. Ha, ha, ha. Komm dir es an. Ich schaff das. Hilf uns, Skye. Geschafft, Rubble. Danke, Skye. Unsere Leckerli sind echt aufbauend. Ha, ha. Fantastisch. Ha, ha, ha. Schneemonster? Schneemännchen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Unsere Leckerli sind echt aufbauend. Ha, ha. Ich schaff das. Fantastisch. Ha, ha, ha. Komm, mach das Rucki-Zucki. Packen wir es an. Ich schaff das. Ich schaff das. Halte durch, Jake. Wir kommen. Oh, das nenne ich eine Blockade. Diese Baumstämme versperren den ganzen Skilift. Jake kann mit seinen Skiern den Weg nicht runter. Toll gemacht. Wir müssen die kleinen Baumstämme in den linken und die großen Baumstämme in den rechten Behälter fallen lassen. Toll gemacht. Super sortiert. Super sortiert. Wir fliegen hoch. Toll gemacht. Drück auf den Baumstammstapel und ich... Wir fliegen hoch. Super sortiert. Jetzt kann Jake mit seinen Skiern hinunterfahren. Paw Patrol, der Einsatz läuft. Gut gemacht. Wir haben Jake gerettet. Paw Patrol in die Zentrale. In der Stadt. Wähle einen Freund, um die Rettung zu leiten. Die Bucht. Wähle einen Freund. Die Bucht. Wähle einen Freund, um die Rettung... Nichts verschwenden. Wiederverwenden. Captain Turbett braucht Hilfe in der Bucht. Sein Boot hat viele Gegenstände transportiert, als der Sturm große Wellen verursacht hat und dadurch wurde alles ins Wasser gespült. Klingt, als würden wir einen Recyclingfeldfreund und einen Wasserrettungshund für diesen Job brauchen. Rocky und Zuma, ihr seid dran. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Die Bucht ist zu groß, kein Hund zu klein. Hilfe, Zuma. Drücke auf Zumas Abzeichen, damit er uns helfen kann. Drücke auf Zumas Abzeichen, damit er uns helfen kann. Ich bin dabei, Rocky. Weiter so, Zuma. Ich liebe Leckerli. Hilfe, Zuma. Hilfe, Zuma. Drücke auf Zumas Abzeichen, damit er uns helfen kann. Ich bin dabei, Rocky. Weiter so, Zuma. Ich liebe Leckerli. Yeah! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hilfe, Zuma! Drücke auf Zumas Abzeichen, damit er uns helfen kann. Du hast es geschafft, Rocky. Weiter so, Zuma. Ich liebe Leckerli. Ich liebe Leckerli. Wir sind auf dem Weg, Captain Turbitt. Der Sturm hat viele Sachen ins Wasser gefegt. Wir müssen alle recycelbaren Gegenstände finden, die in die Bucht gefallen... Noch ein guter Fang! Nein, das bleibt in der Bucht! Nein, das bleibt in der Bucht! Noch ein guter Fang! Findige Sache! Findige Sache! Absolut, Kumpel! Toll gemacht! Wir haben alle Gegenstände gefunden! Alles klar! Jetzt ist das Wasser wieder sauber und Captain Turbitt kann die recycelbaren Gegenstände dorthin bringen, wo sie hingehören. Paw Patrol, der Einsatz läuft! Alles klar, wir haben die ganze Bucht gereinigt! Paw Patrol, in die Zentrale! In der Stadt, wähle einen Freund, die Bucht, wähle einen Jakesberg, wähle einen der Zug, wähle einen Freund, in der Stadt, wähle einen die Bucht, wähle einen Freund, um die Rettung zu leiten. Auf die Plätze, fertig, Zuma! Captain Turbitt braucht Hilfe in der Bucht. Sein Boot hat viele Gegenstände transportiert, als der Sturm große Wellen verursacht hat und dadurch wurde alles ins Wasser gespült. Klingt, als würden wir einen Recyclingfeldfreund und einen Wasserrettungshund für diesen Job brauchen. Rocky und Zuma, ihr seid dran! Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein! Rocky, drücke Start, um Captain Turbitt zu helfen. In der Stadt, die Bucht, wähle Jakesberg, wähle Jakesberg, diese Pfoten haben Flügel! Der Sturm hat einige Probleme auf Jakesberg verursacht. Riesige Schneebälle und Felsen haben sich vor dem Skilift angehäuft. Und jetzt kommt Jake nicht runter. Wir brauchen einen Bauarbeiter und einen Überfliegerfellfreund für diese Rettung. Rubble und Skye, das ist ein Job für euch. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein! Diese Pfoten haben Flügel! Wir brauchen deine Hilfe! Drücke Rubbles Abzeichen, damit er Pfotenhilfe leisten kann! Ich bin dabei, Skye! Danke, Rubble! Es Spies, Spies, Spies! Und jetzt bilden ihn viele kriegen. Am Gott! Man kann sich auf vitegeln! Das war's! Mann können sich auf jede Galeschai, bei Buchtanz und study. Rubble, wir brauchen deine Hilfe. Drücke Rubbles Abzeichen, damit er Putenhilfe leisten kann. Ich bin dabei, Sky. Danke, Rubble. Juhu, Leckerli-Zeit. Juhu. Rubble, wir brauchen deine Hilfe. Drücke Rubbles Abzeichen, damit er Putenhilfe leisten kann. Los geht's, Sky. Weiter so, Rubble. Juhu, Leckerli-Zeit. Juhu. 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 Haltet euch, framework. Wir kommen. Juhu. 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 Halte durch, Jake! Wir kommen! Sieh dir die ganzen Schneebälle und Felsen an, die den Skilift blockieren? Kein Problem! Ich kann meinen Bulldozer benutzen, um den Weg freizuräumen, indem ich die Schneebälle und Felsen sortiere. Drücke auf den Haufen von Schneebällen und Felsen. Dann hebe ich ihn an. Dann neige dein Gerät nach links oder rechts, um mir zu zeigen, wo ich ihn fallen lassen soll. Drücke Toll gemacht! Super sortiert! Toll gemacht! Toll gemacht! Toll gemacht! Toll gemacht! Super sortiert! Super sortiert! Super sortiert! Super sortiert! Toll gemacht! Jake kann jetzt mit seinen Skiern hinunterfahren. Wir haben Jake gerettet! Paw Patrol, der Einsatz läuft! Gut gemacht! Wir haben Jake gerettet! Sieh nur, wie viele Leckerli du gesammelt hast! Super! Du hast den Silberknochen verdient! Und sieh dir die ganzen Abzeichen an, die du verdient hast! Drücke nochmal spielen, um erneut an diesem Ort zu helfen. Oder drücke Zentrale, um einen anderen Ort zu wählen. Paw Patrol in die Zentrale! In der Stadt! Wähle einen Freund, um die Rettung zu leiten! Du hast... Du hast den Silberknochen verletet! K Dim peril! J Dee! Batsch! Musik Untertitel Son